hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge smite im 3 gegen 3 modus und ich habe mir eingepackt den utterboom er packt mich nicht zu tief ein ins pack eis moin leute ja und bledick ist auch wieder mit am start man hat sie ja gehört diese person der ominöse eisberg der immer rumläuft paruski ist auch dabei kann man wie es ausgesprochen wird klar weiß man ja ja mal wieder für ein bisschen sicht also bisher sind nur zwei von den gegnern da und dann muss man vorsichtig sein noch ein bisschen noch ein bisschen schnell 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 ich hänge fest die gegner scheinen immer noch ja so unterwegs jetzt auch mal in die base jetzt verstehe ich jetzt genau und langsam und mehr von der vision frau sie jetzt sind sie alle da war nicht ganz dass man heute wollte ja eigentlich einen abklemmen so jetzt kann man loslegen aber den genug vorsprung gegeben ja eigentlich hatten wir so fast ja geh doch zurück tschüss ich bin doch unterwegs war ich wieder da ja würde ich ja machen aber ich kann dir keine items geben macht keine dummheiten dafür bist du zuständig wer ist bisher noch nicht gestorben da keine ahnung ihr beide ich es ist auch irgendwo dran schon gestorben ich glaube amtauern nein auch keine minions und keine vision mehr ich setze mal neue awards und was hältst du von dem gott bisher den nennach probierst du ja ich habe anfangs falsch verstanden bei der ersten skill aber ansonsten aber ansonsten gewöhnungsbedürftig wieder ne wenn man sonst immer noch flächenschaden spielt ich habe sie in der luft eingebrochen das sah jetzt geil aus jaja ruf du mal ich habe immer noch keinen mana ich habe immer noch keinen mana ah verdammt ja 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 komm unter den tower komm unter den tower vielleicht gleich aber auch auch ehrlich ja gleichzeitig down war ich ja zu gierig ist das dein ernst ach kollege du triffst mich nicht ich bin ich bin bereit so hat der gott ist unterwegs äh boom ich habe dir so eine schöne vorlage gemacht und du nimmst nur einen mit menno sooo dann holen wir mal ein bisschen protection und da dann bisschen pushen so und weiter gehts ah der top von denen ist down sehr schön gut wie doch von der seite ja wir sind auch rückwärts ne 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 so nicht ja was würde er nur ohne mich machen ich habe keine ahnung ihr würdet alle krepieren ja ja ich habe euch und schiff what nein ach wie unfair kein mana ich bin weg warum kein mana auch ein unglück ich hole mir gleich erstmal den mana buff hoffe ich dann wieso und so hier ganze vor ich wollte nichts sagen ich hab kein mana toys ich kann dich nicht beschützen mach keinen mist die fähigkeit ist so geil dein ulti meinst du? dein ulti ist so cool weil? ja wenn die sich während des ultis bewegen werden sie gestunnt und so gut wie jeder bewegt sich und ich sag doch ich hab kein mana ich konnte nichts sagen ich weiß nur nicht mehr was retreat war oh ich sag's noch warum hört er nicht auf mich nein er muss unbedingt hingehen immer das gleiche ich will doch was kaufen öff jes nehm zwei halttränke mit können uns noch mehr leisten jetzt hole ich mir erstmal den mana buff super tech speed das ist ich wollte schon sagen dachte schon der klaut mir meinen buff jetzt hier hinterhalt und sie ist weg boah die killer ich muss auf jeden fall zurück ich muss auf jeden fall zurück bam jetzt ist die andere auch umgefallen gewesen ja ne oder nein war sie nicht lecker sauber lasst mir was übrig da ich will auch mal ne ich hab ja kein mana die schießt sich an so ne ich komme zu euch jetzt wäre interessant Silvanus ist auch cool, der kann Marner die Pflanzen stellen wenn ich da rein schätze in das Feld, dann geht es halt Marner 20 Sekunden habe ich noch Marner, aber 10 Sekunden noch Attack Speed BAM da lebt noch eine Lauf, 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 Lauf ah nicht, schnell genug er hat übelst du an das Video hat mich einholen ja ich kann nicht ran mit meinem Einfrieren ist egal ich werde sterben nehme ich nicht zurück der Heilsgang hat leider auch nicht mehr gewirkt ja, gibt ja auch nur über Zeit naja ich meine, dass ich wenigstens zum Tower zurück komme ich bin unterwegs oh oh ich bin lange geflohen steenkiller ich wollte steenkiller sein Lauf, Lauf ich bin lange nicht mehr weg ach, ich renne in die Attacke rein nein, jetzt bin ich doch gestorben ach, ich hätte nicht weiter kämpfen sollen Einfach in die Ecke stellen und warten, oder was? Nein, zurück zum Tower. Die kommen lassen. Was hab ich denn? Guck, was passiert. Die waren im Zugzahn. Oder sind im Zugzahn. Zeus, beweg dich. Ah, der Tower ist weg. You're middle phoenix is under attack. Strength is on my side. Leben kriegt ihr den ich tot. So, ein bisschen Terror machen wir es bei denen. Ich bin nicht da, ne? Die anderen beiden kommen auch. Ah, warum? Ich komm nicht ran, ich komm nicht ran. Die sind aber auch verdammt gierig. Muss man ja einfach mal festhalten. Nee. Jedes Mal steht sie drin und kriegt es nicht ab. Was soll das? Oh, verdammt. Geh weg! Geh weg! Mann, 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 Mann. Gehst du nicht weg? Weil du hast so gierig worden. Naja. Oh, nix dich. Du musst den Gegner ohne die Chance lassen. Nein. Okay. Ey, das ist doch nicht wahr mit der Ollen. Ja, genau. Oh, es läuft auch. Die Schnauze voll. BAM! Nein! Ja, lass sie laufen. Wir pushen uns einfach. Ja. Wir pushen uns einfach. Ihr checkt es aber auch nicht. Hehehehe. Bäh. Nee, den klaust du mir nicht, Zeus. Bäh. 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 Geht ja gar nicht. Bäh. Jetzt habe ich in der Base bin. Gibt es ein neues Spielzeug für mich. Ach, jedes Mal. Wie können die noch eine Attacke ausführen, wenn ich sie einfriere? Wofür friere ich die denn ein? Ah, ich renne noch ein. Ah. Die Schreie schreie! Man ist halt bei ihnen. Man ist coagott! Ja. Prost bin ich bei, Das sieht aber aus nach einem GG, ne? Ja. Ja. War ja ganz einfach. Ja. Ein paar unnichtige Sachen dabei, aber... Zielstrebig wäre ja zu einfach. Joach, wieso? Wieso? Ich habe irgendein Achievement gekriegt. Ja, wir haben es direkt kugelt. Jawoll! God Assists Silver, also 1000 Assists bei God Kills und... Als Emir 50 Standardattacken auf gegnerische Götter, die von Frostbite in einem Match... Aha. Ich habe einen Nacheffekt. Töte einen gegnerischen Gott, nachdem dieser dich getötet hat. Und das zweite Gott Kills, 100 Gotter gekillt. Bronze. Wie keiner aktive Items gekauft hat außer mir. Ich hatte das beste KD-Verhältnis. Zeus hat einen Kill verhauen. Naja, auf jeden Fall hinterlasst Comments unten und... Link zu Atta findet ihr auch unten und zu mir oder wie auch immer. In beide Richtungen. Und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!